Ja, liebe YouTube-Freunde, ich bin in Deutschland. Spontan Nachtessen in Deutschland. Mein Sohn arbeitet da in der Nähe der Schweizer Grenze und wir machen da einen Spontanbesuch bei ihm. Er ist Gemüsebauer und jetzt haben wir beschlossen, über die Grenze zu fahren. Ja, wie das so läuft. Gestern Abend war ich an einer Pöttinger-Maschinenvorführung. Dem Vorstandssitzung, ausserordentliche Hauptversammlung Grupper kaufen und heute Abend in Deutschland. Ja, das gefällt dem Bauhaus hier im Wald zu. Ganz schön, die Häuser alles. Mieter-Sommerabend. Super! Mieter-Sommerabend. 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 Vielen Dank.